Hallo Leute und wieder Hi und das sind meine Trash-Bed-Sachen. Okay, da haben wir den Müllwagen und dann noch so ein Buch, wo man die Trashies reingeben kann. So, ich stelle sie euch mal vor. Okay, dieses Buch, da kann man 60 Trashies reingeben und von außen sieht es sehr schön Jonas und ich ist auch sehr cool und ist gut verziert, bei der Rückseite auch und kann man jede Zeit mitnehmen. Hier sieht man, dass man 60 Trashies reingeben kann. Hier ist die Königratel, die Tomate und die Katze, verrückte Katze. Und da die erste Seite und die zweite. Und am wichtigsten bei diesem Buch ist das, die Platte. Ohne das ist es wertlos, weil das braucht ihr, damit die Trashies nicht einander fallen. Und ja, das war's. Ich finde es richtig schön und ist für den Preis auch richtig gut. 14,99 und das könnt ihr euch jederzeit im Toys R Us kaufen. Aber das habe ich von Amerika und ich weiß nicht, wie viel es hier kosten wird. Und jetzt kommen wir zum Müllwagen. Der Müllwagen ist auch eigentlich ganz cool, so mit Hupe und mit Steuer. Und wo man Sachen reingeben kann. Und die Streifen da habe ich nur dazu gegeben, damit es echt cool ausschaut. Wie ein echter Müllwagen. Und das sind nur eine Doppelten. Habe ich reingegeben. Und das war schon so das Ketchup. Das sind Ketchupflecken und das Schleim und sonst alles nur Ketchup. Mit zwei Sessel, wo du zwei Trashies reingeben kannst. Und dann kannst du ein paar Trashies schleudern. Und dann kannst du sie reingeben. Und ich finde es echt cool. Und das hat in Amerika 20 Dollar gekostet. Und ich hoffe, wenn es das bald hier gibt, dann hoffe ich, es kostet billiger. Und tja, das war es schon. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und bald werde ich den, in ein paar Tagen werde ich den nächsten Videos machen. Und danke. Bye. Bye. Bye.